hallo und herzlich willkommen zu let's find my craft ja ich bin heute nicht alleine denn Lara LP ist auch bei mir hallo leute ja so wir gehen in meine Welt MLP und dann joint Lara gleich auch und ja sie heißt da noch LLP und aber sie heißt eigentlich Lara LP deswegen wir werden jetzt zacken und das ist eigentlich meine reguläre Minecraft Welt nur mein Let's Plays sind scheiße geworden und alles und es hat so furchtbar gelaggt deswegen mache ich wahrscheinlich jetzt nur noch Let's Plays mit Multiplayer ja ab und zu wird Neil, der Neil auch dabei sein, Neil LP und ach seht ihr schon so jetzt bin ich auch dran ja und ähm andere werden auch noch drin sein von meinen Freunden äh ich würde Holz abbauen weil äh wir spielen ähm du musst Monster anmachen wenn die noch nicht an sind ja mach ich weil wir sind ja keine Minecraft Pussys ich setz mich halt, komm mal hin hast du hast du, hast du, hast du, hast du ähm Aktion ne ja ich hab die anderen okay da kann ja nichts mal schief gehen verprügeln hier ne fuck, es wird Nacht jetzt schon? ja ich hab ja vorher in dieser Let's Plays Welt schon gespielt fuck, komm wir verstecken uns auf dem Eis ja, das wollen keine Leute aber sie können da hinschwimmen okay und was ist mit Skelett? ich hab kaum Leben ich hab noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leben ich hab noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Leben ja 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 hinter dir ist ein Schwein oh da ach so gib mir, weil wenn das äh Essen spawnt oder so äh, ja Essen droppt so oh nein, nicht Holz ja, unser Haus oh sorry oh meine Fresse lauf mir doch nicht lauf mir doch nicht in die Hand rein oh sorry ja ich sterbe gleich ja ja super das bringt's auch fuck ich hab Hunger ja schau, dass es hier noch keine ähm verrottetes Fleisch gibt von Monstern komm wir gehen mal auf Monstersuche ja bist du? ich bin hinter dir oh jo 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 äea schrei wenn du irgendeinen Creeper oder so siehst oh, da ist ein hin Egal, ignorier das erstmal, denn das ist eine Fun-Welt und wir wollen ja hier nicht so King sein und so. Ey, Wasserfall. Okay, was mag ich zu Hause stehen? Ja, das ist immer so ein Bug-Fehler. Ja, irgendwie spawnen hier keine Monster oder so. Das hatte ich eben auch schon mal in der Welt. Ich habe Monster angehabt, aber irgendwie spawnen keine. Ich komme mit. What the fuck, leckt das bei dir auch so? Siehst du Monster? Nein. Ich auch nicht. Gleich kommen bestimmte wieder fünf Creeper so, ne? Das hatten wir ja schon mal. Fünf Creeper auf dem Haufen. Ah, Skelett! What the fuck, what the fuck? Okay, Monster sind da. Wo bist du, wo bist du? Ich renne wieder aufs Eis. Ah, hier, oben, da oben. Achso. Fuck, das kommt runter. Ja, ich weiß. Wowegen renne ich doch? Ich schwimme ins zweite Meer. Bye, bye. Goodbye. Angenehm Flug, wünscht Lufthansa. Äh, ja. Ich glaube, wir müssen hier die ganze Nacht auf so eine Kackinsel. Ich schwimme das Wasser hinter dir. Achso, da. Oh, ich hab immer noch Hunger. Kann mir greifen das von beiden Seiten an. Okay? Ja, okay. Wo steht der Mond? Oh Mann, der steht jetzt ganz oben. Äh, geh du vor, du hast mehrere Leben. Dum, dum, voll du dum, 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 dum. Fuck, da hinten ist ein Creeper bei denen. Ich glaub, der hat uns gesehen. Der schießt mich ab. Fuck, helf mir. Ich bin gleich tot, Mann. Ich hab nur noch drei Leben. Komm, Rückzug. Wie viel zieht ein Pfeil eigentlich ab? Wie viel Leben? Zwei. Ja, zwei ziehen die ab. Rennen, rennen. Ich hab nur noch drei verfickte Leben. Das habe ich gesehen. Kein einfach, wenn du so schnell kannst. Guck mal, ob er mich noch verfolgt. Äh, ja, komm ins Wasser. Ja, der verfolgt dich. Aber er ist ganz hinten. Komm hier, er schwimmt zu uns rüber. Da. Ich schwimm noch weiter weg, dass er irgendwann uns verliert. Oder nein, noch besser. Ich buddel mich in die Erde ein. Komm, wir buddeln uns in die Erde ein. Na, ach, wo ist das Winter? An uns vorbei ist doch auch geil. Geil. Weck, jetzt komm ich auf die Insel. Er sieht uns. Ich glaub, er will aus der Welt fallen. Nicht, wen geht's? Das verfolgt er uns. Ja, wenn es um Monster geht, sind wir ziemliche Angsthasen. Vor allen Dingen, ich hab kaum noch Leben. Wie dumm. Er will aus der Welt. Er begeht selbst mal. Ey, wenn diese Pussy sich gleich sprengt, ne, dann bin ich gefickt. Ich muss am Leben drücken. Huh. Oh, ich bin der Luppe. Oh, äh? Tod? Ja. Why? Ey, ja, äh, du spawnst auf dem Eis, ne? Oh, ja. Dann, in der Nähe ist noch ein Eis. Fuck, wo sind die Alte? Und die sind aus der Welt gefallen auseinander nicht. Ähm. Warte. Ich sterb gleich auch. Ich sterb gleich auch. Nein, 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 nein. Mal gestopfen. Ich hab mich nicht und für dich. Ey, deine Sachen sind nicht mehr, äh, die wurden nicht gedroppt. Schon, aber die sind weg. Äh, komm mal da hin. Bist du auf dem Eis, dann musst du... Äh, egal, die ist auch dicht. Irgendwann geht gleich irgendwo, das ist gut. Äh. Äh, kaktus. Zombie, komm. Mit, mit, mit. Na komm. Super, boll. Äh, helf mir mal lieber hier. stepp doch stepp doch es ist so als ob die mehrere sind als wir gewünscht ich bin so gut wie tot ich habe nur noch ein leben ich hasse zombies ich hasse sie obwohl es ja einfach so gegenseitig gibt mich darf jetzt nichts mehr angreifen hallo spinni hallo spinni ich bin gleich tot bleib auf dem eis ich weiß wo der spawn ist auf dem eis ist ein creeper kill den mann du musst du siehst ich gleich bestimmt betreffen uns da was erwarte ich ich töte gerade ein hühnchen ok ja ich töte mir auch noch eins weil drei rohe hühnchen reichen nicht erst selber eins ja ich sehe dich dreh dich um hier im wasser hühnchen bleibt ich habe auch eben noch eine kuh gesehen ja ich würde sagen dass es hier sozusagen wie hunger games hier was überleben kann ja bleib auf eis oder land ja warte komm ich überreiche mir erst mal ein steak hier also hühnchen der zombie hätte mich fast die kleine fotja danke kann man das essen höchst mach telling ich Therefore in gryation was ist denn alt so weshalb der morgens tor Ich hab den Ton aufgemacht. Doch. Ach so. Cool. Gib mir Hühnchen. Nicht lang. Manch hat nur noch ein halbes Herz. Ich seh eine Kuh. Frisch. Frisch das Karkünchen hier. Frisch. Ich geh die Kuh kurz. Mit Zucker. Stark. Naja. Ich geh grad aus der Welt. Und weil dieses Display auch hiermit beendet ist. Ich hoffe euch allen. Ciao. Bis zum nächsten Mal.